Du hast ja auch sowas wie eine Sonderausstattung. Du hast ein Fuckboy-Radar. Ja, ein Fuckboy-Radar. Was ist ein Fuckboy-Radar? Oder erst mal, was ist ein Fuckboy? Boah, da kann ich jetzt drei Stunden gebrauchen, du. Okay, ich habe hier ein paar Fotos von Leuten und du musst sagen, ob das jetzt ein potenzieller Fuckboy ist. Vielleicht kennt man diese Leute aus Funk und Fernsehen, ich weiß es nicht. Ist das ein Fuckboy? Was ist mit ihm? Ich weiß gar nicht, wer das ist. Boah, der sieht gut aus, ne? Ja. Ne, ist ein Gentleman. Das ist ein Gentleman, hast du recht, ist glaube ich schon 40 Jahre mit seiner Frau verheiratet. Pierce Brosnan, okay, jetzt haben wir noch einen. Das Publikum sagt hier, oh ja. Meinst du ja? So vom Typ? Ja, aber kenne ich auch nicht, aber ja. Das ist Neymar. Wo spielt der? Der spielt ja, glaube ich, Portugal sieht aus. Ne, Brasilien. Welcher sollte am ehesten runterkommen? Der Fußballer. Hä? Also findest du Fuckboys gut? Ne, ich finde auch keine Fußballer gut, ehrlich gesagt. Aber so vom Typ am ehesten. Das ist der Matz Hummels, den bin ich gut. Matz Hummels? Den bin ich gut. Der lässt sich jetzt scheiden, habe ich gehört. Der lässt sich scheiden. Und jetzt hast du ihm schon geschrieben bei Instagram? Ne, meine Nachricht hat er noch nicht gelesen. Ah, der hast du ihm echt geschrieben bei Instagram? Ja. Okay, jetzt will ich aber wissen, was du ihm geschrieben hast. Dass ich jetzt da bin. Er soll nicht traurig sein. Ehrlich, du hast... Du hast ein bisschen mehr Reichweite. Vielleicht kannst du auch mich aufmerksam machen. Du kannst ihm das jetzt auch direkt sagen. Hier, lieber Matz, das ist... Der meldet sich dann bei mir? Vielleicht. Maren, Matz, bitte. Ich will jetzt aber nicht so beleidigen gegen Frau Hummels. Wie heißt sie nun, Matz? Ja, Frau Hummels reicht. Egal, die blende ich einfach aus, weil sie machen das ja auch. Ne, ist ja, du bist... Ja, genau, bitte. Genau, also Matz, ich habe gehört, du lässt dich scheiden. Oder ich? Und, aber ich bin da und ich tröste dich gerne. Meld dich. Mein Instagram, darf ich den auch nennen? Das ist doch alles, alles. Maren unterstrich... Das ist auch mein Geburtsrat, Tom. Okay. Vielen Dank, Maren. Dann gucken wir mal, was dabei ist. Das regeln wir schon. Das regeln wir schon. Das machen wir, er und ich. Lothar Matthäus kommt heute. Wer ist das? Nein, Spanien. Aber wie heißt schon mal seine Frau? Kathi oder so, ne? Ja. Sie sollen sich beleidigt sein. Ich mach das alles.